Herzlich willkommen zum neuen Beitrag. Wir stehen heute auf dem Baufeld der Firma Raben in Gerhard Rebnitz. Hinter uns der Globus Markt in Gerhard Rebnitz in unmittelbarer Nachbarschaft hier das neue Baufeld. Wir stehen seit Anfang 2020 mit der Firma Raben im Kontakt. Die Firma Raben ist einer der größten Logistikunternehmer in Europa. Seit 1930 ist sie am Markt tätig und expandiert seitdem stetig. Die Firma Raben hat die letzten Jahre hier im benachbarten Corbusen eine kleine Logistikeinheit aufgebaut mit circa 50, 60 Mitarbeitern und will sich an dem Standort Gera massiv erweitern. Seit Anfang 2020 haben wir die Firma Raben in dem Prozess begleitet. Wir haben für die Firma Raben zielgerichtet ein Grundstück gefunden hier in Gerhard Rebnitz mit circa 220.000 Quadratmetern. Hier wird die Firma Raben in den nächsten Jahren viele Millionen Euro investieren und circa 200 Arbeitsplätze schaffen. Diese Millionen Investitionen schafft nicht nur Arbeitsplätze für unsere Einwohner in Gera, sondern bringt auch Steuereinnahmen und zusätzliche Effekte. Die Firma Raben ist eine Marke, die europaweit bekannt ist und mit Gera in Zukunft auch identifiziert wird. Wir schaffen dadurch ein positives Image und Ansiedlungsstimmung. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Die Zusammenstellung der Flurstücke war nicht ganz einfach, denn hier befinden sich Felder von vielen unterschiedlichen Bauersfamilien, denen es natürlich nicht leicht fällt, sich von ihrem Hab und Gut zu trennen. Wir als FAB haben die vielen Einzelneigentümer zusammengeführt, um hier eine Entwicklung für das Logistikunternehmen zu realisieren. Sie müssen sich einmal vorstellen, wir arbeiten hier seit anderthalb Jahren an der Realisierung des Projektes Raben und haben die unterschiedlichen Eigentümer zusammengeführt. Allerdings mussten wir in der Verwaltung verdeckt arbeiten, denn wir werden an den unterschiedlichen Stellen in unserem Vorhaben und Entwicklungsansiedlungen blockiert. Das muss ich aus unserem Verständnis heraus in der Zukunft deutlich ändern. Wir brauchen Unterstützung für solche Vorhaben, für Ansiedlungen, für Neuinvestitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen aus allen Bereichen der Verwaltung. Die Verwaltung ist dafür verantwortlich, unsere Stadt weiter zur Entwicklung entwickeln und solche Ansiedlungen an den Start zu bringen. Die Verwaltung muss alles dafür tun, dass solche Ansiedlungen in höchster Geschwindigkeit und mit höchster Priorität auch für uns als Projektentwickler unterstützt werden und mit allen Möglichkeiten nach vorne gebracht werden. Trotz aller Hindernisse werden wir nicht nachlassen, für unsere Region und unsere Stadt Wirtschaftsförderung zu betreiben und Investitionen nach Gera zu holen. Vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.